Eigentlich ging es am Donnerstagabend gar nicht um ihn, doch Max Hummels zog mit seinem Auftritt alle Blicke auf sich. Anlass war der Abschied des ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw. Vor dem WM-Qualifikationsspiel wurde er von tausenden Fans und von den Ex-Weltmeistern gebührend gefeiert. Darunter auch Mats, der einen sehr auffälligen Mantel trug, den der Profikicker auch bei Instagram zum Besten gab. Mit dem großen grün-beigen Karo-Muster wurde er zum absoluten Hingucker. Sogar seine Kollegen kommentierten Mats' Outfit. Lothar Matthäus erklärte gegenüber dem Sender RTL, Der Mantel von Mats Hummels. Ich würde den nicht tragen. Gewagt. Thomas Müller verriet, wer sich außerdem über Mats' Auftritt amüsierte. Der Poldi hat sich ein bisschen über seinen Mantel lustig gemacht. Und dann war der Mats so leicht unsicher und hat gefragt, ob das so gut ist. Da muss Mats ein bisschen cooler werden.